Let's go! Ich sag ja, wenn du direkt am Anfang schon ein paar Teams hast, das glaube ich endet immer scheiße. Oder hier? Nein, da nicht. Ah, keine Ahnung. Da... Überall... Ich hab keine Ahnung. Da unten auf jeden Fall ist die Hölle los. Nein, da ist auch die Hölle... Alter! Alter! Zu Schatten? Ja, die Miene! Nee, da laufen aber auch zwei hin. Zwei Squats. Hm, drei Squats. Alter, das sieht schon böse aus. Na gut. Alter! Also überall gegen... Äh, so viele. Sollen wir nicht überwanderern? Zum Beispiel hier? Nee, hier. Egal. Alter, wie viele sind die meisten? Guck mal, neun Squats direkt neben uns. Ja, da vorne, da oben sind aber auch viele Squats. Da geht bestimmt drei Squats auch rüber. Aber egal. Ne? Ja. Naja, warte ab. Vielleicht ist das so ein zweiter Skunk. Guck mal, sieht schon voll nach einem Pro aus. 29 Matches hat er schon gemacht. Na also. Na ja, Pro ist das nett. Wie viele Matches hat eigentlich der Skunk vorhin gemacht? Das hab ich gar nicht nachgeschaut. Wie viele Ballen. Ich dachte voll abgeräumt. Also geht schon los. So. Was gibt's hier? Der Chineser hat schon was gekrallt. Ja, kein Plan. Gehen wir dazu. Hm. Das war's. Ich kann jetzt jemanden Röplik hooken. Katana hab ich. Ich hätte hier auch ein Langschwert. Schiedlich den Langschwert. Nee, nee. Achso, lila Dolch. Nee, sowieso nicht. Der volle Scheiß. Oder zumindest. Besser wie. Hm. Ja, klar. Probier ihn mal aus. Vielleicht geh ich ja voll ab mit dem Ding. Böchlein. Der Bogen. Kann schon was. Wenn man trifft. Ja. Ich will ja nicht hochklettern. Schön, dass alle schon Rüstung haben. Hm. Nein. Besser wie gar keine Rüstung. Aber die goldene Rüstung hab ich im letzten Match, oder nicht im vorletzten Match. Die war richtig gut. Was ist das Aushalt? Naja, zumindest. Besser wie ich. Alles weg. Ich hab gar nicht so viel Platz. Ich hab gar nicht so viel Platz. Vielleicht ne Fernkampferfer. Hier ist ein Greatsport. Nehmen wir das Greatsport mit. Und dann kannst du die unter anderem geschehen. Sch fragile! Ich hab' den Brot mit dir. Okay, ich hab' den Brot mit dir. Ich hab' den Brot mit dir ja zu kommen. Der Brot mit dir ist alle. Das Schüfung, die sind da dran. Ich habe den Brot mit dir. Auf, das ist nicht so viel Punkt. Ok, einfach. Uma Ski in dieelche. Es hat ein Brot mit dir. Boah, das Ding ist scheiße. Oh, ich bin gut. So, jetzt kämpfe ich mal mit dem Dolch. Mal gucken. Ein Tank mit dem Dolch? Läuft doch. Ist der Chinese da am markieren oder bist du... Ach, cool. Ach, cool. Cool. I deduce that we should go... Here. Oh, nice, nice. Being attacked. To battle. Wear a helmet next time? Okay, scheiße jetzt. Ich brauche eine andere Waffe. Nervt mich jetzt der Dolch. Tana! Ich bin auf jeden Fall besser wie der Dolch. Ich bin auf jeden Fall besser. Okay. Der blöde Dolchlichter, wenn du wirst. Hier, zykst er wieder. Der könnte auch was Gutes drin sein. Speer. Einmal scheiße. Aber Rüstung könnte nicht mal auffüllen. Der sieht schon mal ganz gut aus. Also jetzt bin ich jetzt wieder der Tank. Jetzt kann ich wieder meinen tollen, äh was es ist, Riesen oder so beschwören. Das ist komisch vom Handler. Nein, hart gefailt. Oh, da gehts wieder runter. Oh, da gehts wieder runter. Toll, hat sich ja gelohnt. Hier ist ja wieder ein Respawnpunkt, das ist aber nicht so toll. Achso, ist auch gut. Wo ist nicht, da ist nicht ein Chinese. Chinese. Ich geh mal zu dem. Ich glaub der kann was. Ja. Ja. Hm. Oh, das ist so, so sehr. Oh, da la mit dem Schrauben. Let's move! Glühwürmchen, was waren das eben? Glühwürmchenzorn Osser, Osser Bleib mal stehen Nicht im Ernst Ich wollte echt nur hier unter den Rock schauen grad aber Toll Was geht denn ab? Habt ihr schon jemand geschossen? Achso Ah, warte mal, ist das ein blauer? Nee, ist keine Ahnung Ich weiß noch nicht, na komm Schmerzt drauf Im Gebüsch Jetzt versteck ich mich aber nicht mehr im Gebüsch Alter Alter Uuuuuh Ich lees Du hast ja voll die Aussicht oben Du hast ja voll die Aussicht oben Klasse Was ist da? Geist Bist du, Da Muskel ist ein bisschen runter Das war jetzt gerade mein Double Gangbang mit Fallkampf I am awakened. Oh, ich hab grad Dabbs spielen mit dem Dings gemacht, glaub ich. Nein, die Form ist aus. Ich weiß nicht, ich war im Kampf kurzem, äh, im Kampf kurzem her von einem anderen Blatt. Die Glitch nicht mehr raus, das ist meine Range. Voll auf die Eier. So, Reign's War, sehr gut. So, alles okay bei dir? Hier ist so ein, ach, das hat er markiert. Das war grad ziemlich gut mit dem, also so langsam blick ich, dass wir das funktioniert mit dem Fank. So, jetzt die Map, wo ist denn gleich hin? Muss ich mal weiter gehen? Oh, schick hier. Schick! Das Video müssen wir jetzt als Sieger beenden, weil ich's jetzt aufnehme und keinen Bock hab, noch ein Video zu machen. Ich muss mal langsam... Jo, Erfolg her. Naja, ich hab einmal abgeschraubt, was ich immer gewonnen habe. Da hab ich irgendeinen Scheiß gemacht. Hm, jetzt hab ich jetzt auch. Henees Krabbeln wieder hoch? Komm mit. Hallo? Hier, hier, hier. Sehr schön! Der hat aber irgendwelche Straps an, oder so. Ja, ich kann jetzt voll drunter schauen, aber da ist nur Strapse, so, naja, dann warten wir hier mal, dö 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 dö, oh, schießen darfst du nicht von oben, ah, da habe ich alles vergessen, bleb unten, das ist gut, naja, besser als wenn der irgendwie vorrascht, was bedeuten denn diese kreise da, diese gelben zwei Und so wenn ich da hingeh, da haben die Leute, weg, 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 weg Oh, er muss sterben. Ich glaube, es nervt mich einfach immer. Entschuldigung. Wie schnell. Nur noch was, weil ich... ich krieg's. Es gibt noch was. Hallo. Ja, da muss ich leider meinen Boss hier wieder ausmachen. So. Ein Epic ist... Ne, den hab ich. Was ist das für ein Schirm? Das war da rein. Wollen wir nicht herangehen? Oh, da ist ein Schirm. Komm, was ist das? Alter! Alter! Das ist ein Problem. Wird wirklich nicht schaden. Ja, bis auf Dritte, bitte! Wechsel mal die Waffen. Das ist ja... Nein, 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 nein. Oh. Ah, das weiß ich hier. Das weiß ich, wir sind jetzt nicht hinterher. Den hat einen Schwerd raus. Ah, ich habe einen Schwerd zu schaden. Aber ich habe ihn noch... Aber ich bin noch... Ich habe das gerade voll verfehlt. Es ist egal. Ich habe euch. So, jetzt muss ich kurz das Schwert reparieren. Aber ich kann irgendwie im Kampf nicht so einfach die Waffe wechseln. Schau an das! Ach Dolch, ne. Irgendwie gehts dann trotzdem daneben, obwohl ich voll auf die drauf gehalten habe. Egal. Hm? Keine Ahnung, oder? Pink. Oh, hier... Alter! Da hat jemand... Großschwert, verdammt! Hier kommt Platz. Äh, schade. Egal. Wieviel? Ja, das ist sehr gut. Sehr gut! Wir müssen nur mehr Schaden machen, damit die Idee jetzt besser auskommt. Äh... Wahrscheinlich hab ich wieder... nichts gemacht. Egal. B-b-b-b-b-b-b-b. Was ist das für eine Strecke? Das ist die Strecke. Aber der Inlauf stirbt mal gestorben. Ich glaube das letzte Mensch. Was gewinnen wir jetzt? Ich weiß nicht, ich gewinnen muss nur noch eins. Ich weiß nicht, wie ich den Sack war. Ich weiß nicht, wie ich den Sack war. Ich weiß nicht, wie ich den Sack war. Was ist denn da? Was ist denn da bei mir? Könnte ich mich heilen, ey? Ah da ist noch jemand Ah ich sterb gleich Oh Alter wie der mich gerade gerettet hat Alter der Wichser Der Hurensohn hat mir die Waffe geklaut Der Hurensohn Und er geklaut hat Ich war jetzt voll das Opfer Ich war jetzt voll das Opfer Der hat nicht 1Kill Ja gewonnen So siehts aus Wie immer halt Sehr gut Die Heilung eben Das war grad sowas von Safed ey Sehr nice Sehr nice Sehr gut Ja doch Das war jetzt ne gute Wunde Aber ich find trotzdem Diesen Nachkampfwaffen Irgendwie Am Anfang gegen die Bots war es ja gut Aber jetzt irgendwie Ich weiß nicht Voll oft ins Leere einfach Aber dann kommst du mir nur sofort Ja jetzt schon Kappling Hupen mehr einsetzen Passt das Na gut Dem